An allen Ecken und Enden fahren Fondsverwalter und Vermögensverwalter ihre Cashquote herunter und sie sind teilweise sogar voll investiert. Einer, der voll investiert ist, ist Prof. Dr. Max Otte, der Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung. Die Weltlage war noch nie oder in den letzten zig Jahren nicht so gefährlich wie heute. Die Frage, ob noch eine Rezession kommt, ob nochmal die Rohstoffnachfrage kurzfristig wegbricht, ist dann eher Spekulation. Natürlich ausgenommen, der Himmel fällt uns nicht auf den Kopf, aber was sonst so an Verwerfungen passiert, werden diese Werte uns erhalten bleiben. Das heißt, es sind sehr solide Langfristanlagen für Privatanleger. Hallo Herr Otte. Tag Herr Kerscher. Herr Otte, was hat Sie dazu veranlasst, jetzt wieder voll investiert zu sein? Na ja, grundsätzlich bin ich Optimist und grundsätzlich ist die Börse nach oben offen. Da können Sie viele tausend Prozent gewinnen und nach unten können Sie maximal 100 Prozent verlieren, wenn Sie keine Shorts oder Hebel oder sonst was machen. Also grundsätzlich halte ich es mit Warren Buffett und vielen anderen Langfristanlegern. Mein Normalzustand ist das voll investiert sein. Jetzt haben wir tatsächlich ja über 13 Monate Korrektur. Die Bewertungen sind normal, sie sind angemessen. Das ist jetzt kein Ausverkauf. Wir haben diesen Ausverkauf noch nicht gehabt, auf den einige warten. Aber angesichts der ganzen anderen Bedrohungen, die so ein Vermögensklassen auch beinhalten, ob das Immobilien sind durch die neuen Energievorschriften, die kommen sollen, ob das die Liquidität ist, die durch die Inflation angeknabbert wird, ist es für mich richtig, jetzt wieder voll investiert zu sein. Also das Risiko nach oben nicht dabei zu sein, ist für mich viel größer als das, dass jetzt nochmal ein Ausverkauf kommt und ich vielleicht nochmal durch eine Schwächephase durchtauchen muss. Aber da ist ja noch die ein oder andere Gefahr am Investment-Himmel, sage ich. Also nur um den Ukraine-Krieg zu nennen oder die mögliche Rezession. Das empfinden Sie nicht als so bedrohlich, dass Sie da noch eher etwas abwartend und vorsichtig sind? Ja, Gefahren gibt es immer. Die gibt es immer. Chancen gibt es immer. Das ist ja eine rein subjektive Sache. Wie bedrohlich das ist, wir wissen es eben nicht. Man muss also auch nach der Qualität der Informationen selektieren können und die Information, die qualitativ hochwertig ist, zum Beispiel die Tatsache, dass viele Aktien einigermaßen normal betreist sind, andere Aktien sogar billig sind. Das ist eine Information, auf die ich mich verlassen kann. Die Frage, ob noch eine Rezession kommt, ob nochmal die Rohstoffnachfrage kurzfristig wegbricht, ist dann eher Spekulation. Das kann so oder so ausgehen, von daher halte ich mich dann eher an die harten Fakten, an die Bewertungen und muss das andere auf mich zukommen lassen. Natürlich kann es durchaus sein, dass wir nochmal einen Ausverkauf kriegen, dann habe ich eben kurzfristig falsch gelegen. Aber nochmal, ich bin lieber dabei, ich finde viele schöne Aktien, gute Dividenden, auch durchaus intakte Wachstumsperspektiven, dass ich jetzt voll investiert bin. Ja, und ehrlich gesagt, irgendeine Gefahr könnte immer kommen, um jetzt mal mit Asterix und Obelix zu reden. Der Majestix hat ja immer die Angst, dass der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Kann natürlich dann auch passieren, aber wenn man danach geht, dann macht man eigentlich gar nichts mehr. Richtig, wenn der Himmel uns auf den Kopf fällt, was natürlich. Also ich meine, als politischer Analyst sage ich ja, die Weltordnung oder die Weltlage war noch nie oder in den letzten zig Jahren nicht so gefährlich wie heute, selbst in der Kubakrise nicht. Denn in der Kubakrise standen sich zwei Supermächte gegenüber, die haben quasi die Karten ausgereizt, sie haben geblöfft, sie haben posiert. Aber es war ein relativ rationales Spiel und diesmal sind eben viel mehr Unbekannte. Es ist China, es ist die USA, es ist die Ukraine, es ist Russland, es sind die innenpolitischen Verwerfungen. Also wir haben natürlich einen hochbrisanten Cocktail, das darf man gar nicht wegreden. Nur, was hat das mit dem Investieren zu tun? Zunächst hat man nur sehr indirekt etwas, egal was ich mache, ich bin ja immer diesem Cocktail ausgesetzt. Ob ich es nun auf dem Bankkonto halte oder ob ich Aktien halte. Gucken wir doch mal ein bisschen ins Detail. Also wenn Sie sagen, Sie sind voll investiert, dann ist eine der tragenden Säulen Ihrer Portfolios sind Tech-Werte. Also zum Beispiel Microsoft, Amazon, Apple und Alphabet. Warum Tech-Werte? Ja, also die sind jetzt nicht der größte Bestandteil, aber sie sind ein Dauerbestandteil. Sie sind eine Säule, in der Tat eine kleinere Säule, aber sie sind drin. Weil diese Werte unser Leben einfach fundamental verändert haben und auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bestimmen werden. Sie haben sich quasi in unsere DNA eingenistet. Also sie sind wie, sie sind in unser tägliches Leben hineingedrungen, eingedrungen und sind auch nicht mehr wegzubekommen. Also wer kann schon noch ohne Smartphone? Ich wünschte mir das immer mal wieder, aber es klappt nicht so recht. Wer kann schon noch ohne Microsoft? Wer kann schon noch ohne die Google-Suche? Also das sind alles Dinge, die so fest in unserem täglichen Leben drin sind, dass diese Geschäftsmodelle, egal was jetzt passiert auf der Welt, also nehmen wir mal an, oder natürlich ausgenommen, der Himmel fällt uns nicht auf den Kopf, aber was sonst so an Verwerfungen passiert, werden diese Werte uns erhalten bleiben. Das heißt, es sind sehr solide Langfristanlagen für Privatanleger. Ich erwarte jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, nicht die großen Kursschübe. Aber bei Kursschüben ist es eben so wie bei allen anderen Dingen. Die kommen dann, wenn sie keiner mehr erwartet. Ich erinnere an Microsoft in den Jahren 2012, 2011, 2012, 2013. Da war das Unternehmen altes Eisen für viele. Da ging das KGV teilweise auf 10 runter. Und keiner wollte dieses Unternehmen anfassen. Und ich habe damals aber schon im Hamburger Überseeclub 2013 Microsoft verwiesen. Das ist auch dokumentiert. Danach ging eine wahnsinnige Rallye los. Die hat sich jetzt erst mal ihr Zielpunkt erreicht. Und die Aktie hat ja auch ein Drittel korrigiert, wie viele andere Tech-Werte. Aber wer weiß, wann es da weitergeht. Und deswegen sind sie drin, einfach als solides, sicheres Basisinvestor. Aber Herr Otte, gerade diese Tech-Werte stehen ja in der Anlegergunst relativ weit oben. Sind diese Werte nicht eigentlich auch mittlerweile schon wieder viel zu teuer, weil sie einfach alle Klasse finden und im Depot haben wollen? Ja gut, aber sie haben ja ein Drittel korrigiert, zum Teil auch mehr korrigiert. Und man muss auch da aufpassen. Also auch da findet mittlerweile ein Verdrängungswettbewerb statt. Die treten sich jetzt gegenseitig auf die Füße. Also es ist nicht mehr so, dass jedes Unternehmen uneingeschränkt wachsen kann. Man konkurriert also auch im Kunden. Und das trifft natürlich einige Werte. Wir haben uns immer ferngehalten und das hat sich auch bewahrheitet von Facebook, also Meta und auch von Netflix. Beide Unternehmen geht es schlecht. Die haben sich nicht nur um ein Drittel reduziert, sondern zum Teil um zwei Drittel und mehr. Und der Unterschied zwischen ein Drittel und zwei Drittel ist, wenn ein Wert um ein Drittel fällt, dann muss er nachher um 50 Prozent wieder steigen. Das ist auch ein Wort. Wenn ein Wert um zwei Drittel fällt, dann muss er nachher um 200 Prozent wieder steigen. Und das ist dann schon etwas schwieriger. Also natürlich können Sie auch Meta versuchen. Zuckerberg will da ja was völlig Neues machen mit seinem Metaverse, wobei er auch da an Grenzen stößt. Aber Meta hat ein Geschäftsmodell, was eben nicht so nachhaltig ist wie das von Apple oder Alphabet oder auch von Microsoft. Meta verkauft Werbedaten und ist damit auch von den Policies von Apple und anderen abhängig. Und das ist brutal eingebrochen. Und Netflix merkt, dass man eben auch gegen die anderen Inhalteproduzenten wie Disney und so weiter konkurriert. Denn Netflix ist letztlich kein Internetunternehmen, sondern doch ein klassisches Medienunternehmen. Und Inhalte sind teuer. Und ich habe gerade mein Netflix-Abo zum Beispiel gekündigt. Ich hatte das jetzt mal zwei Jahre, weil ich es auch mal ausprobieren wollte. Und ich habe gedacht, wenn du Netflix hast, dann hast du eine Bibliothek, wo du dann an die ganzen Klassiker rankommst. Das ist gepostet. Also die machen vor allem ihre eigenen Serien. Ein paar ausgewählte Klassiker haben sie. Grottenschlechte Suchfunktion. Also da bin ich raus. Privat. Die Aktie hatte ich sowieso nie. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Thema Rohstoffunternehmen und rohstoffnahe Unternehmen. Also Tech-Werte, das ist eine Säule in Ihrem Portfolios. Aber auch Rohstoffunternehmen sehen Sie am Beginn eines Zykluses, obwohl es da schon recht imposante Kursgewinne gegeben hat. Ja, man muss, nehmen wir zum Beispiel BHP Billeton, die haben wir jetzt nicht empfangen. Deswegen kann ich sehr offen darüber sprechen. Ist aber auch ein interessantes Unternehmen, über 10% Dividende. Die Aktie hat sich schon fast verdreifacht vom Tief. Oder wenn man auf das absolute Tief Ende 15 zurückgeht, dann noch mehr. Diese Unternehmen laufen natürlich oder die Aktien laufen wie immer der echten Entwicklung voraus. Denn die Rohstoffe selber haben sich ja noch nicht so erhöht. Also Gas und Öl ja. Aber die anderen Rohstoffe sind zum Teil 30, 40, 50% gestiegen, was für Rohstoffe ja nicht viel ist. Also die Aktien sind teilweise der Rohstoffpreisentwicklung vorausgelaufen. Rohstoffe bleiben knapp. Die Welt wächst weiter. Auch da kann in der Tat nochmal ein Einbruch kommen. Wenn tatsächlich nochmal eine Rezession kommen sollte im nächsten Jahr, dann werden sie unter Umständen nochmal günstiger. Aber die Bewertungen insgesamt sind nicht hoch. Viele KGVs sind bei 10, bei 13, bei 15, auch drunter. Die Dividenden sind in Ordnung. Und so ein Rohstoffzyklus, der läuft lange. Der ist der klassische Schweinezyklus. Also wenn die Preise hoch sind, dann drängen immer mehr rein. Dann werden neue Minen eröffnet. Dann wird investiert. Auf einmal ist Überkapazität da. Dann werden Schulden abgebaut. Dann werden Minen und Förderstätten wieder stillgelegt. Da werden Sonderabschreibungen gemacht. Sowas geht dann schon mal über Jahre. Und so ein Rohstoffzyklus, der läuft schon mal 10 Jahre plus. Und die Preise, die Rohstoffpreise steigen jetzt erst seit 1, 2, 3 Jahren. Also da ist noch viel, viel Luft. Aber natürlich ein hocholatiler Sektor. Rohstoffe sind nicht so ewig. Die sind was für ein paar Jahre. Also die nächsten 3, 4, 5 Jahre hoffen wir damit gutes Geld zu verdienen. Sind aber nicht so ewig wie die Tech-Werte. Also darauf einen Blick auf Rohstoffunternehmen und Tech-Werte. Diesen Blick hat Professor Dr. Max Otte. Er ist Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Herr Otte. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne.